Hello! Hello! Da sind wir wieder! Und ähm... Gerade eben haben wir hier noch gepumpt Pump up the beer, pump it up! Und sind vor unserem Kartoffenkopf davor gegangen Jetzt schauen wir mal... Im Moment scheint er... Wo war der überhaupt hin? Also irgendwas haben wir jetzt aktiviert Ja, da ist er! Oh Gott! Kommt jetzt da... Ja, da kommt der! Ne? Allein wie der geht! So, dann kann ich jetzt da abmachen Das ist Skiübungen, ne? So... Mach jetzt einfach mal ganz konsequent das Ding hier zu... Ja, aber der macht das wieder auf! Aber der ist ja schon mal ein bisschen abgelenkt Oh! Aber da ist noch was! Der hat schon aufgemacht Schnell, schnell, schnell! Und wieder! So... Naja, wir sind richtig... Die Musik setzt ein... Ja! K1! Die Reportage! Ja, ich würde sagen... Unnötige Wasserverschwendung... ...bedroht unsere Unterwelt! Nein! Nein! Hallo? Ah! Schön! Habe ich ein Aufräumen hier! Echt? Achso, ich dachte... Ich dachte... hier hochgegangen! Muss man da hoch? Weiß nicht! Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hier irgendwie durch... Hopseln oder was tun! Huiii! Oh! Elegant! Alter Jump-and-Run-Spieler hier! Ein lecker Swim-Suit, ne? Swim-Suit! Da hin musste, da wo die... Da sind wir rausgekommen, ne? Äh... Und da muss bestimmt hin! Weil das schon alles so ausschaut, so konstruiert! Aha! Achso! Ich, äh... Achso! Der kann ja gar nicht nach oben schwimmen! Das ist ja... Der ist ja blöd! Der kann nicht nach oben schwimmen! Ja, toll! Und jetzt? Jetzt muss ich doch wieder den Weg zurück geben! Oder wie oder was? Jetzt habe ich diesen duften Sprung gemacht und... Äh... Wo hast du die Leiter? Oder da ist eine Leiter? Nur die Leiter? Oh! Etwas mehr! Gut, vielleicht hast du gleich die richtige Leiter genommen jetzt! Aber da kann man auch rüber gehen! Da ist jetzt zwar... Das sieht auch gut aus! Nicht fallen! Ja, 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 ja! Nicht fallen! Ich komm jetzt da wieder hin! Spring! Komm ich da elegant rum? Naja, schwierig, aber... Zur Not musst du halt da noch mal runterfallen! Ja! Hui! Treppen! Naja... Ist der Weg zu Heaven? So! Endlich! Wer die Karriere leider hochklettert, kann tief fallen! Geht aber auch nur so komisch hier rum! So, jetzt dann da lang! Schaut so aus, ja! Ja, da komm ich auch dran! Da! Musst noch ein ganzes Stück hoch, hä? Boah! Komm ich da jetzt auch dran! Da kommst nicht hin! Da muss, glaube ich, rechts rum irgendwie... Ja, geht nicht! Ah, ja! Voll wie dem weißen Kaninchen! Ah, ja! Und dann kommen wir da unten wieder runter! Und was bringt das? Dann sind wir jetzt, äh... Davor! Meinst du ein bisschen da? Nein! Warte runter schauen kann ich mir geht's nicht! Nee! Habe ich vorhin schon versucht, dann bin ich ja runtergefallen! Obwohl da war, glaube ich, die Treppe ja... Ja, da war ja die Leiter irgendwie kaputt dann! So hat's immer hier... Das ist sinnlos! Ich glaube, hier wär's dir hochgekommen! Da muss man da hin! Meinst du? Dann runter? Das wäre... Da hätten bin ich ja runtergefallen! Ja, ja, aber... Die Tür kann ich bestimmt aufmachen! Ich spring da jetzt... Gut, wenn nicht, musst du halt nochmal! Mmh! Okay, kann man aufmachen! Oh! So! So! Schön! Ein Abwasserkanal! Nehmen wir mal Nisi! Kenn ich mich aus, ne? Ja, jetzt... Durch den Sprung bin ich wieder so leicht humpelig, glaube ich! Ja! Ah! Sehr gut! Heil dich! Genau richtig! Oh! Fiststation! Da musst du jetzt... Hm, ein Hebel! Was machen wir damit? Was machen wir damit? Da blinkt auch mal was dran! Flutsch! Flutsch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da ist jetzt offen! Lass jetzt offen! Lass jetzt offen! Lass jetzt offen! Ja! Ja, Sixt! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Warte! Schock! Was war denn jetzt? Das war das Wasser! Das war das Wasser! Ne! Du bist runtergefallen, gell? Von der Seite kam ein Schwung Wasser! Jetzt hab ich gedacht, der hat dich geholt! Ne, du bist weggespült worden, ne? Ja! Mann, ich hab gedacht, der so schnell kann, der hofft, der tut noch so was! Der eigentlich immer so rum... Der tut noch so was! Der tut noch so was! Der schlawenzelt! Der schlawenzelt, Mann! Schlawenzelt, Mann! Schlawenzelt! Oh! Wieder im Meer! Wie schön! Oh! Bei einer Leiche schön! Oh! Ne, gibt's auch nicht mehr richtig gut hin! Oh! Was! Oh! 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 What happened? What did she do?! C'mon! We gotta get her out of there! Holy shit! Heart blew a VO2 surplus! She sealed the tunnel! She really didn't want to increase falling this to homicron her! Ah shit, she's fucking hurtin'! Her suit is leaking! We have to get her to homicron! Shit, it's bad! Real bad! Fuck, no! hol doch wohl sie will sie wohl das ist doch das ist eine geile musik so richtig der hat mich auch mit dem ausblick dazu sind land ist unter wasserminen vorsicht da muss wahrscheinlich jetzt wieder anfinden der also da muss den strom aktivieren würde ich jetzt behaupten die sind ja alle verbunden mit den kabeln oder ist der kabel irgendwo locker da ist unten der kabel das kann man wahrscheinlich auch nicht weg tun aber vielleicht gibt es ja ein wo es locker ist oder immer das ist Das ist Omicron? Ich hoffe, sie haben mich aus dem Dating-Suit gespürt. So. Ansonsten will ich auch. Hey, bist du okay? Ich weiß, du bist ein starker Typ, aber ich muss dir etwas sagen. Ich weiß, du bist okay. Jonesy? Jones! Auf geht's! Mal versuchen wir die Annex wieder. Wir verlieren Jonesy, wir müssen sie rein. Ich kann sie lieb! Alvaro, es gibt nichts, was wir für sie jetzt tun können. Halt den Stasis-Suit und wir schauen die Annex. Da drücken. Also irgendwie muss man den Strom aktivieren. Ja. Gut, dann folgen wir mal dem... Da wird natürlich irgendwo an irgendeinem Teil, wo man gerade war, muss einer sein, der alle versorgt vielleicht, so sternförmig abgeht. Irgendeiner war auch weiß. Ja. Ja. Da ist er leider. Mhm, mhm, mhm. Okay. Schauen wir mal. Aber zumindest können wir das Omnitool reinsetzen, oder? Wedeln, wedeln. Oder wedeln. Aber geht nicht. Dann müssen wir doch nochmal was anders vorher machen. Da! Einen Hebel. Was machen wir damit? Ach, geht auch nicht. Ne, sorry, wir mussten doch irgendwas anders vorher machen. Ne, okay. Wahrscheinlich jetzt unten irgendwie auf dem Grund was machen, dann hier und dann geht das Tor auf. Okay. Na gut. Da kann ich auch nichts drücken, oder? Ne. Okay. Ui. Und tschüss. Halt. Kann ich da was dran drehen? Aha. Ne, geht auch nicht. Ne, ist alles gesperrt, weil es alles rot ist. Na ja, okay. Was da? Ha? Auch nicht gesehen. Noch ein Hebel. Auch nichts. Hast jetzt voll alle durch. Jetzt geht er. Na? Achso. Hat er checken. Better be careful. Was hast du jetzt gebracht? Ist ja schon geflutet. Kann ich die jetzt drücken? Ne. Du kannst die Ventile neu an. Pumpen anschalten, okay. Also wir müssen erst eine Stromversorgung herstellen, oder? Ach, jetzt ist es. Aber du musst die Pumpe jetzt anstellen und dann die Ventile öffnen. Pumpe, da war doch der andere Hebel da. Ja, ja, warte. Ich, äh... So. Aber das Drehen ist manchmal echt blöd. So. Dann die Pumpe einschreiten. Okay. Und nochmal. Oh, ja. Jetzt kannst du wahrscheinlich... Ne, ist immer noch offline. Ich muss wahrscheinlich hoch. Ja. Genau. Schweigerpunkt. Oha. Oha. Okay. Okay. Da ist wohl nichts mehr für hier. Ich kann ihn nicht wie die anderen. Kathrin? Was? Hm. Da bist du. Woher sind wir? Wir sind gleich nach dem Omicron. Ein kleineres Gebäude, verbunden zu dem Hauptsitzenden. Kannst du nicht? Nein, meine Sicht ist ziemlich limited. Es gibt ein schweres Restriktions auf meine Systeme. Hast du eine PowerSuit? Noch nicht. Ich versuche, wie in Omicron zu kommen. Das große Gebäude. Oh, okay. Keep up die gute Arbeit. Das ist alles? Du hast nichts? Good luck. Thanks. Okay. Okay. Kath? Wie bist du so okay mit all this? Mit was? Being a talking box, für eine Sache. Not being human. Das ist nicht so schlecht. Also, hast du überhaupt nicht mit einem Körper gehalten? Ich bin da. Du machst mich wirklich selbstbewusst. Komm schon. Sei ernsthaft. Ich habe nie so gemütlich sein, als ich ein Mensch bin. Das ist nicht so schlecht. Das ist viel schlimmer. Nichts. 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 Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wenn ich ein Körper hatte. Aber du bist ein guter Job. Ich habe nur gedacht, dass ich ein bisschen versuchte. Ich habe mir gedacht, dass ich ein bisschen versuchte. Meine physischen Verhältnisse nicht zu meiner Erfahrung sehr gut. Ich fühle mich so wie ein Mensch als vorher. Aber als wenn ich in der Luft. Das ist ziemlich interessant, wenn ich mich daran denke. Ja. Okay. Ich stecke da mal was rein, weil ich humple etwas. Ein Rätsel. Oh. 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 Ich denke so. Aber ich glaube nicht, dass wir die Definition von Mensch. Wo müssen wir hin? Oder Leben. Recht unten. Also musst du es so schaffen, dass die Energie langt. Genau. Kürzesten Weg. Also die sind jetzt alle durchgebrannt. Das heißt, sage ich jetzt wieder zurück. Das ist eine gute Frage. Wir brauchen sinnvolle Definitionen. Ich habe nur gedacht, dass es eine Art und Weise gibt. Ich weiß nicht, dass es eine Art und Weise gibt. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, Was haben wir jetzt nicht zu tun? Warte mal. Mensch, was reden denn die? wo ich bin. Was meinst du? Ich miss Toronto. Und nicht, weil meine Freunde und Familie sind. Weil ich weiß, wo ich bin. Fisch-Sphären. Ja. Omikron-Lightning. Jetzt haben wir quasi hinten nach Omikron den Strom wieder hergestellt. Jetzt können wir draußen die Tür wieder öffnen. Okay. Das ist alles auch ein Sinn. Da haben wir noch was? Ja. Aber... Ach doch. Webbox. Aufwand, aufwand, aufwand. Wahnsinnig interessant. System Updates. Webbox. Mhm. Ja, das ist nix. Äh... Nicht die Welt. Nee. Okay. Dann... Wir haben uns das wunderschöne Omnitool wieder. Schauen wir da noch mal schnell rein. Nix. Nix. Okay. Okay. Achso. Da ist die Tür. Na, da ist auch noch was. Der Funk-Puffer-Speichel. Wirken. 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 Gut. Das Tor sollte dann gleich wieder aufgehen. Ja, jetzt siehst du ja wo du hin musst. Also, für denjenigen, der noch nicht beim Tor war. Genau. Aber jetzt... Was kannst du nicht mehr? Ich fliege jetzt... Ich geh... Ne, das war jetzt der da, oder? Ja. Da ist aber so ein... Da war doch gerade so eine Sprechblase noch, ne? Ich denke, das ist... Da wo? Lockdown über das Terminal? Jetzt. Ah. Äh... Ach, dann kriegst du ja irgendeine Pinnwand, wo der Ding dort steht, der Code, ne? Wahrscheinlich. Oder... Da liegt was am Boden, oder? Ja, irgendwelche Zettel, ja. Oder hier, dann muss man wahrscheinlich hier in den Nachrichten was finden. Ah, ja. 5-4-2-2. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Hab ich irgendwo gelesen. In irgendeiner... Modezeit. Äh, doch. Jetzt hier wieder auf dem Bildschirm. Ich muss doch auf den da wieder gehen, ja. Unter Quarantäne. Ne, ne, äh... Omicron. Da. Und jetzt 5-4-2-2. Jetzt. Aha. 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 Jetzt... Ja. Aber das Gurgeln, das heißt, da erwartet dich jetzt wieder einer. Ich verfürchte es. Ja. Jetzt musst du wieder fluten. Aber erst musst du die Ventile zudrehen und die Pumpe... Ach so, und jetzt... Also ausschalten, glaube ich. Ne, das geht nicht. Kann ich die drehen? Ne, kann ich auch nicht. Oder Flut einfach. Ach so, muss ich jetzt den da drücken. Ah ja, das kann sein. Weil der ist ja jetzt... Genau. Ach, dann machen wir alles von selber, okay? Das ist natürlich praktisch. Blut. Mhm. Sehr gut. Und ein Speicherpunkt. War doch viel zu machen, ne? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, dass du noch mal zurück bist, sonst... Ich habe aus dem Augenwinkel auch gesehen, so ein Drehrad. Ach, schau mal schnell. Drehst du mal schnell am Rad, ne? Ach, den kleinen. Der ist auch wieder am tief. Da links, was ist das? Da ist noch jemand. Aber der ist aber auch nicht, äh... Da ist ja nicht so. Ja. Und niemand hat es auf nichts. Und was ist das? 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 Du bist richtig. Wie kann man so calm über diese Scheiße? Wir sind die. Wie viel haben Sie alle? 20 Minuten. Topf. Hey, ich bin in Rett. Sekunden weit bevor die CO2 kommt. Straschke. Warum? Warte, richtig? Ich bin der Maester meiner eigenen Feuze. Warte, Straschke. Was machst du denn? Ja, also das hätten wir jetzt... Das muss man jetzt noch ewig in die Länge ziehen, das stimmt. Halt jetzt, äh... Gurgeln noch. Ja, 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 ja. Also ich weiß schon, wenn die Welt untergehen wird, dass ich mich nicht in so ein Ding rein transferieren. Na? Ja, das ist, ähm, schwierig. Ne, überhaupt nicht schwierig. Ich will doch nicht ewig in so einer unwirklichen Welt leben, wo man was vorgegaukelt wird. Na ja, gut, aber... Ich denke mal, man hätte dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, jetzt möchte ich Schluss machen. Na. Ne. Na ja, wir kommen dem Ziel etwas näher. Ja. Ich kann nicht mit anderen Eingang benutzen, das ist toll. Das heißt, jetzt muss man wieder rausgehen, oder was? Ja. Ja. Ich muss da also ums Karree da irgendwo an anderen... Schöner Scheiß hier. Oh, da wird da ewig das Bild gezeigt. Da musst du hin und dann geht's nicht. Ja. Dann geht die Treppe da runter, da den Weg. Muss bloß Obacht geben, dass du nicht runterfällst. Aber das schaut... Schaut sicher aus, also... Blablabblablabblablab. Oh, da ist doch einer. Da kommt wieder einer da oben. Da läuft er doch, oder? Oh. Irgendwo hab ich gedacht, da oben läuft einer, aber... Gut. Du guck dich. Ja, wofür schon. Ja, du musst da lang. Uiuiuiuiui, was macht er denn? Was macht er denn? Na gut, ist es immer noch da? Ja, ja. Ist es nicht... Treppe? Da ist die Tür. Na. Na gut, dann... Okay. Hm. Rein da. Na gut. Und wie es jetzt hier drin ausschaut... Dann sehen wir mal das Lied angeht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Von Sommer. Bis dann. Bis dann. Bis dann.